Mahaban, das heißt Havidere auf Marokkanisch oder auf Arabisch. Ich bin in Marokko angekommen und die nächste Episode geht jetzt um den Norden Marokkos. Das ist der Teil mit Chefschaouen, der Königsstaat Fes und dann weiter bis in den Hohen Atlas. So, danke mal schon fürs Zuschauen. Ich schleiche mich jetzt aus dem Bild, damit ihr das ein bisschen besser genießen könnt. Servus, bis später. Mein erstes Ziel für heute ist die blaue Stadt Chefschaouen. Die ersten Meter raus aus dem Hafen sind extrem hektisch. Ich besorge mir gleich mal bei einem Straßenhändler SIM-Karten für Marokko. Und obwohl ich mich im Vorhinein gut informiert habe und gewusst habe, auf was ich aufpassen muss, bin ich gleich nach 5 Minuten in Marokko das erste Mal beschissen worden. War nicht so schlimm, aber halt doch. Ich schleiche mich also aus Tanja in die Bampa. Unglaublich, wie grün es da ist. Also das habe ich so einfach überhaupt nicht erwartet. Aber ich bin gleich voll in Urlaubsstimmung und spüre, wie sehr mir das gefällt hat, so auf Reisen zu sein. Und das idyllische Grün beruhigt natürlich enorm. Oder es ist der ständige Haschischgeruch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Riefgebirge um Chefschaouen bekannt für den Cannabis-Anbau. Der ist zwar in Marokko verboten, aber offensichtlich halt doch irgendwie geduldet. Auffällig sind auf jeden Fall die Haufen-Polizei-Checkpoints entlang von der Straße. Sicher alle 30 bis 50 Kilometer. Aber ich wäre immer durchgewunken, wäre freundlich gegrüßt. Das interessiert eigentlich keinen, wo ich da und wie ich da unterwegs bin. Kurz vor Sonnenuntergang erreiche ich dann Chefschaouen. Ich bin jetzt Chefschaouen angekommen, habe mein Zimmerl mit einem Balkon. Superscheu. Und dann wollte ich jetzt nochmal schnell, dass ich die Stadt umfinde, weil es rum ist leider hin. Und bis ich drüben bin, werde es da zum Nimmer scheinen drüben. Aber da sieht man schön eine Bauart im Berg. Wunderschöner. Erster Tag in Marokko, da war ja alles ganz gut gegangen. Chefschaouen wird auch die blaue Stadt genannt. Man sieht auch gleich an die Fotos und an die Videos warum. Die Stimmung ist extrem entspannt und sehr angenehm. Mir liegt die Vermutung nahe, dass das auch was mit dem Cannabis zu tun hat. In den 50er Jahren war Chefschaouen eine Hochburg vom Cannabis-Anbau. Und viele Hippies aus Europa sind daher gekommen. Wegen der blauen Färbung allerdings bekomme ich mehrere Erklärungen. Einerseits soll es auf die Juden zurückzuführen sein, die in 1492 wegen der Vertreibung aus Spanien hierher geflüchtet sind und die in Bezug auf die israelische Fahne die Häuser blau-weiß gestrichen haben. Andererseits sagt man der Farbenblau nach, dass sie vor bösen Blicken schützt. Also quasi, dass eine Person das Haus nicht mit einem bösen Blick verfluchen kann. Klingt auch ganz praktisch. Wahrscheinlich stimmt Barz, vielleicht hat es ihnen aber einfach nur gefallen, weil es schön ausschaut. Ich genieße auf jeden Fall die Atmosphäre in den Gassen und am Hauptplatz, wo am Abend sich die Leute zusammensitzen, treffen und ein bisschen eine Gaudi machen. Am nächsten Tag geht es weiter, 200 Kilometer durch das Hügelland an der Königstadt Ves vorbei nach Balil. Die grünen Felder, die man da sieht, sind hauptsächlich Weizen oder andere Getreide. Aber auch Hanf oder Tabak wird da angebaut. Bewirtschaftet wird das alles mit dem Marokkaner Fendt. Also mit dem Esel oder mit dem Pferd. Traktoren gibt es praktisch keine. Gepflügt, gesät, geerntet wird alles händisch. Das ist ein Wahnsinn, wenn man diese riesen Felder da sieht. Mein nächstes Ziel ist Balil. Balil liegt ca. 30 Kilometer außerhalb vom Ves und ist nicht sehr touristisch und eigentlich noch sehr ursprünglich. Leben dann die Einwohner hauptsächlich vom Handwerk. Am bekanntesten sind die Frauen, die die traditionellen Knöpfe für die Chalabas herstellen. Das ist das traditionelle Gewand. Außerdem gibt es in Balil ca. 500 in das weiche Tuffgestein eingeschlagene Höhlen. Die sind zum Teil sogar noch bewohnt. Der große Vorteil von diesen Höhlen ist, dass die Temperaturen im Sommer und im Winter in der Höhle immer ziemlich gleich sind. Der Nachteil ist, es gibt keine Fenster. Ich treffe in Balil auf dem Kamal und seine Frau bleibe dort in seinem netten Gästhaus über Nacht und erlebe bei dem und abendessen das erste Mal die marokkanische Gastfreundschaft. Außerdem habe ich zum ersten Mal das marokkanische Hauptgericht eine Tachin ausprobiert. Ich habe ja schon gesagt am Vortag, dass ich an Fes vorbeigefahren bin und ich war mir nicht sicher, ob ich Fes und die Altstadt anschauen soll. Ich habe da lange überlegt, habe ein bisschen Schiss gehabt, dass das Motorrad da in der Stadt herumsteht und mein ganzes Gewand da oben liegt. Andererseits muss ein bisschen orientalisches Flyer schon sein. Und wenn ich schon da bin, habe ich mir gedacht, nein, ich probiere das irgendwie. Also habe ich mein Motorrad in Balil stehen lassen und bin mit so einem Sammetaxi die 30 Kilometer nach Fes zurückgefahren. In dem Taxi waren sieben Personen, das war ein Fünfsitzer Taxi. Dafür hat es aber nur 1,50 Euro gekostet oder so. Ich wollte das eigentlich auch auf Kamera filmen, aber das war so eng da innen, dass ich gar nicht an meine Kamera in der Hosentasche hingekommen bin. Somit gibt es da keine Videos oder Fotos. Ich habe es jetzt geschafft nach Fes. Ich bin mit einem Taxi von Balil nach Chacruu gefahren und dann von Chacruu weiter nach Fes mit einem Sammeltaxi. Das genau kostet 1,50 Euro, 6 Laufeln da drin und jetzt bin ich da vor dem Eingangstor zur Altstadt, zur Medina. Und da werden wir jetzt mal eine schauen. Also es gibt 8 so Eingangstore. Das ist eins davon. Auf jeden Fall bin ich dann in Fes angekommen. Fes ist die älteste der vier Königsstädte Marokkos. Daher soll eben auch da die Altstadt besonders ursprünglich und orientalisch sein. Durch sieben Tore kann man da in diese Altstadt hinein, also da geht es eine Stadtmauer rundherum, da gibt es sieben Tore, wo man eine kann. Die Straßen sind da so eng, dass eigentlich kein Auto oder Motorrad fahren kann, beziehungsweise sind nicht erlaubt. Zum Teil sind die Gassen nur 50 cm breit, wenn man so in die Seitengassen reingeht. In der Altstadt sind dann auch diese typischen Sucks. Also das sind die kommerziellen Viertel mit Leder, mit Teuer und Keramikhändlern und Handwerkern. Da kann man Stunden verbringen und shoppen und staunen und sie verlaufen, also man verlauft sie ganz sicher. Das ist auch zum Teil so gewollt, also einfach, dass man da hinten herumgeht und herum schaut und sich da richtig verliert, quasi in diesem Flair. Also bissehr sehr, sehr ruhig, sehr schön. So, da sind wir im Reparaturviertel. So, wo dann das Leder bearbeitet wird und eingefärbt wird. So, wenn wir jetzt mal schauen, ob ich da hinfinde. So, wenn wir da mal hingehen. Ein Highlight ist diese Karawin-Moschee. Die ist gleichzeitig die älteste existierende Universität der Welt. Da ist angeblich unser Zahlensystem erdacht worden. Zwar haben die Römer auch schon Zahlen gehabt, klarerweise. Aber mit denen Zahlen hat man keine Berechnungen durchführen können. Die Araber haben schon die Zahlen 1 bis 9 gehabt. Aber erst mit der Erfindung quasi, der Null, hat man jetzt auch richtig rechnen können. Beziehungsweise hat es vor der Null immer noch so einen Abstand zwischen den Zahlen gegeben. Oder vielleicht einen Punkt. Und wenn es aber nur einen Abstand zwischen den Zahlen gibt, ist da anscheinend oft zu Diskussionen gekommen, ob man jetzt einen 105 Euro oder 15 Euro schult. Ja, dass dazu eine Universität braucht, um nach einem T-Null zu erfinden, finde ich auch spannend. In den Sucks sind die Gäbereien von Ves. Auch natürlich ein großes Highlight beim Besuch von der Altstadt. Aber nur für diejenigen, die da nicht arbeiten müssen, sondern wo von oben von der Terrassen aber zuschauen können. Für die, die da unten hüftdief im Sudomatum stehen, ist das wohl eher nicht so das Highlight. Obwohl mir gesagt wird, dass zum Gerben und Färben der Leder nur natürliche Mittel verwendet werden, also zum Beispiel Taubendreck zum Färben oder Urin, damit das Leder schön wach wird, weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Skurril wirkt es auf jeden Fall, wenn du da oben stehst, auf der Terrassen und da ist der Tourist quasi die Arbeiter von oben herab so beobachtet. Das ist fast wie in einem Zoo, wie du zuschaust. Ja, und dann gehst du das Geschäft rein und kaufst du einen Gürtel oder einen Schlappen oder einen Polster aus Leder. Also einerseits natürlich sehr lehrreich und auch sehr gut für die Erweiterung des eigenen Horizonts, gerade zum Thema Weltanschauung und wie gut es uns doch geht. Auch sehr gut zur Wertschätzung von so Arbeiten, wo die Sachen herkommen. Andererseits natürlich schon ein bisschen ein beklemmendes Gefühl. Also, du musst, damit du die Gerbereien sehen kannst, da ist ein Laden hinein, die ist hier rauf, sonst du kannst zwar schon zur Gerberei hinein, aber siehst du es dann noch von unten. In der Minze, you know why, to cover the smell, in case for the smell. So, Minze für den Gstank, very good. Und dann müssen wir natürlich hier voll durch den ganzen Shop durch. Ah, Paradies, shopping paradise. Taschen, Taschen, it's all made here. Yes. Yeah. Not the... We have the designers, we have the designers. So, dann gibt's da die Terrasse. This is the first balcony. Okay. Next, tell us, we go like that. So, to go there, just four steps. Okay. Try to get pictures. Und da siehst du eben, over auf diese Gerbereien. Stinkt furchtbar. Take a deep breath from the Minze. Nach dem kleinen Rundgang durch Ves habe ich die Altstadt wieder durch eins von die Tore verlassen und mich wieder auf den Weg gemacht. Mein Ziel noch für den Tag war das Atlasgebirge. Auf der Karte sieht man, wo ich mich gerade befinde, da wo der rote Punkt ist. Und genau da habe ich auch das Foto gemacht. Böse Zungen behaupten ja, ich war da nur oben am Pasturen und habe in die hohen Dauern umgefotografiert. Aber nein, ich bin da gerade am mittleren Atlas und die schneebedeckten Berge da hinten ist der hohe Atlas. Und da habe ich mir schon das erste Mal Sorgen gemacht, ob ich da wohl drüber komme über den hohen Atlas, weil da liegt noch richtig viel Schnee. Bevor ich aber da hingekommen bin, habe ich noch übernachtet. Und wir sind da schon beim Hinfahren eine Zeit lang ein paar skurrile Schaftransporter aufgefahren. Und bei der Suche dann am Abend, nach einem Abendessen, habe ich dann die Schafe wiedergefunden. Habe sie aber fast nicht mehr wiedererkannt. Da hängen also die Schafe so direkt an der Straße. Und du kannst dir da ein Stück abschneiden lassen und dann gleich direkt vor Ort an der Straße grillen lassen. Ich war an dem Tag sowieso recht abenteuerlich aufgelegt und habe mir gedacht, ich muss sowieso auch noch ausprobieren, ob der mitgebrachte Schnaps von daheim auch gut zur Desinfektion taugt. Und habe mir da so ein Lammkotelett bestellt. Eigentlich ist es auch wie im Bockhaus. Da sagst du aus, er schneidt es an, dann trägt es da oben und er grillt es da. Na ja, so, da grillt es meine Lammkotelett. Ich bin gespannt, ob ich mir da eine Lebensmittelvergiftung hole. Apropos, weil wir gerade beim Essen sind. Dies ist generell sehr schmackhaft und gut. Es gibt viel Lammfleisch, viel Gemüse und alles ganz gut gewürzt. Nur nach vier Wochen hängt da irgendwann die Taschine mal beim Haus aus. Auf die Märkte, also in allen möglichen Dörfern, findet man sehr billig viel Obst, Gemüse, aber vor allem auch Tatteln und Nussen. Ja, so habe ich mich vier Wochen lang ernährt. Es ist ja vorbei. Ja, das war es mit dem Kapitel der Norden. Das nächste Mal geht es ab in den Hohen Atlas. Es wird da ein bisschen rustikaler und ein bisschen abenteuerlicher. Gefällt es euch drauf? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.